Hallo und willkommen Leute zum 83. Part von Battlefield 3. Wir spielen Plünderer auf, wie heißt die Map? Ich weiß es nicht, habe ich vergessen. Auf jeden Fall der Map hier. Ich schalte diesen Bastard jetzt aus. Schade. Das kann echt nicht wahr sein. Schade. 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 Schale. Schade, mein Lorde. Ich wurde im WhatsApp angeschrieben. Noch nicht mal was wichtiges. Aber er schreibt schon zum Sonntag wichtige Nachrichten. Samstag und Sonntag sind die wenigen Tage, wo ich wirklich mal Zeit habe, was aufzunehmen. Weil ich entweder arbeiten bin oder nicht rausgehe. Oder in der Woche nach dem Arbeiten. Da bin ich meistens so kaputt. Obwohl das eigentlich die wenigste Arbeit ist. Aber da komme ich am spätesten nach Hause. Und da gucke ich einfach nur Serien. Da hätte ich mal wieder Bock aufzunehmen. Stopp doch endlich. So. 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 mir hierdurch schade 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 Das können wir was in. Ja, genau. Gar nicht mehr so dumm von dem, das muss ich auch mal zugeben. Schade. Mami lade. Oh. Schade. Okay. Warte, 4, 3, 4, 3. Mal wieder Leute suchen die Mitspieler. Schade. 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 Vielen Dank. Schade, Mammelade, auch der da hinter mir war das, ist ja noch schadender, was auch, komm her. Jetzt auch noch in Facebook irgendwas, guck ich aber jetzt nicht drauf, kann ich noch einmachen, am Rechner, weil Handy, Facebook ist scheiße, hat der Messenger, der geht zur Not. Oh, jetzt wird es ja viel geiler. So, gucken wir uns mal die Punkte an. Nach vorne eine Spieleanfrage, Wahnsinn. Zu Heyday, aber das spiele ich ja sowieso schon. Scheiße, Spieleanfragen immer. So deaktiviere ich die meistens. Da ich die wenigstens auf dem Rechner nicht bekomme. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. So, dann... Vielen Dank.